Das mit dem Pfeffer ging ja schnell. Das muss ich auch noch machen. Ich werde mit dem Pfeffer gehen. I'll go with this great come back anytime I'll go with this great come back I have what are you looking to buy I'll go with this great come back bis wir alle was ist das denn jetzt? Pizza Rollo oder was? Das stimmt, aber was ist das denn? Ich kann euch nicht die Leute sehen, ob ich nicht liebte. Erdbeer, Krepp, vier Erdbeeren und Kreppteich, was brauche ich für einen Kreppteich? Milund Drachnai Stopp back often Stopp back Die Tür brauche ich immer noch. 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 Ich habe noch. Die Tür brauche ich immer noch. Die Tür brauche ich immer noch. Ich habe 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 noch. Was geht das? Was? Wie? Lass den Feuer weg! Ah, da sind trotzdem noch ein paar, oh, da sind trotzdem noch welche, das sind komplett andere Dämonen. Ich guck mich erstmal hier oben, wenn ich das mache. Das Knie ist gut. Ah! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Gotcha! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Auge des Detektivs macht unsichtbare Wände sichtbar. Boah, wie geil, aber das macht... Da oben ist... Mit dem Speichern gehe ich mal da hin. Aber ich finde es gut, dass jeder Gegner scherbt. Da oben... Ich gehe mal erst da oben lang. Der Grund ist doch klar. Nein, 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 wir kriegen nicht mehr hin. Hier ist nämlich so eine Abkürzung, die wird jetzt gelacht, wenn wir die nicht nutzen, oder? Wie gesagt, ich finde es genial, dass hier alle Wege miteinander verbunden sind. Ich will mal sehen, was ich sonst irgendwann an einem Mittelfrieder... Vielleicht die Metroid Prime Reihe. Ich weiß, ich habe noch Mega Man X, aber irgendwie hat mir der letzte Teil... Ah... Spaß verdorben... Aua! Irgendwann bekommen wir diese Fähigkeit zu schwimmen. Ich will aber mal, dass Nintendo auch so ein Bewohnungssystem macht. Dass man auch da irgendwas sammelt. Sticker war schon eine gute Idee und... Zack... Mit der Switch und mit der Verflogenen, ne? Finde ich schade, ey. Was? Schon allein... Bei Twilight Princess für die Wii U... Hat man... Hat man... Alle Sticker... Gesammelt, bekam man noch einen Extra-Sticker. Das war wie die Platin. Das war das. Sieht über das, was sie, da ist, dann ist es gut. Man lernt einen Werkopf. Sieht den Abstand. Sober es. Sieht den Abstand. Also... Ah, vielleicht die die Gewaltstätige blows. Das ist ein Wacken. Zwei Kisten. Ich will die Karte aufdecken. Auch wenn das total sinnlos ist. Oh, jetzt kommen wir runter. Ich habe bestimmt auch für 100% Karte aufdecken eine Trophy. Da ist eine Trophy auch schon, ja. Was geht da? Oh. Da unten ist er. Weg. Der Schuvel Knight. Noch so ein Schuvel Knight. Gebratener Fisch. Wie heig. Höch. 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 Oh. Ich habe kein Gegengift mehr. Jetzt müssen wir durch. Irgendwann muss es doch auch aufhören. Oh, wir sind bald... ...hier durch, würde man sagen. Oh Gott. Wir sind hier. Gibt es bestimmt eine Abkürzung. Ach, hier hätte ich schon die ganze Zeit hergekommen. Und? Ah, ne, hätte ich nicht. Okay. Hat mich geirrt. Hätten wir nicht. Hätte ich mich gewundert. Weil das der Blue's Pfad ist. Okay. Jetzt geht's auch in. Start. Oh Gott. Hier scheint es leider zu gehen. Ah, ich wusste es doch. Hier nimmst du mich was zum Speicher. Oh, das Spiel macht so Spaß, ne? Kann ich auch nur jedem empfehlen. Besonders Castlevania Fans. Ah, ich würde so gerne... Ah, ich würde so gerne... ...antes Grafen.